wie Sie in einem Tag ein Akkreditiv bei einer Schweizer Bank eröffnen. Ich zeige Ihnen heute die einzigartigen Vorteile für Ihr Business, wenn Sie bei einer Schweizer Bank ein Akkreditiv eröffnen. Wissen Sie, es ist sehr schwer, in der Schweiz ein Akkreditiv mit moderaten Umsätzen zu eröffnen. Aber wenn Sie einmal ein Akkreditiv von einer Schweizer Bank haben, dann verfügen Sie über den Rolls-Royce aller Lösungen. Ein Schweizer Akkreditiv wird überall auf der Welt anerkannt und akzeptiert. Bei allen Banken auf der Welt. Es ist die Eintrittskarte zur internationalen Business Community. Guten Tag, hier ist Enzo Caputo von SwissBankingLawyers.com. Es ist sehr schwer, Schweizer Banken zu finden, die auf Handelsfinanzierung spezialisiert sind, wenn sie nicht mehrere Millionen umsetzen. Also Sie müssen viel Umsatz haben. Wir sind vertraut mit den Besten in dieser Branche. Wenn Sie sich UBS oder Credit Suisse ansehen, dann stellen Sie fest, dass diese zwar über Abteilung für Handelsfinanzierung verfügen, aber die Aufnahmevoraussetzungen sehr hoch sind. Die Grossbanken verlangen extrem hohe Jahresumsätze. Sie müssen effektiv ein Big Player sein, um akzeptiert zu werden. Neben UBS und Credit Suisse ist das Know-how, Handelsfinanzierungen, Akkreditive, Bankgarantie, Schuldscheine, Factoring-Geschäfte etc. auf wenige Schweizer Banken und einige wenige Seniorbanker beschränkt. Und die kennen wir. Unser Job ist es, Sie mit den besten Seniorbankern in Sachen Handelsfinanzierung bekannt zu machen. Ihre Erwartungen und Ansprüche werden sich mehr als nur erfüllen. Sie werden zufrieden sein. Unser Job ist es, Ihnen dabei zu helfen, die richtigen Unterlagen zusammenzustellen und die Bankkonten mit den richtigen und kompetenten Seniorbankern zu eröffnen, die autorisiert sind, schnelle Entscheidungen zu treffen, die etwas zu sagen haben in der Bank. Wir bringen Sie mit den richtigen Seniorbankern zusammen, um erfolgreich zu sein und Ihr Business in die erste Liga zu katapultieren. Mit unserem Support erhalten Sie den Zugang zu der internationalen Business Community. Wie Sie vielleicht wissen, werden mindestens 25% des weltweiten Rohstoffhandels hier in der Schweiz abgewickelt. Die Schweiz ist ein sehr wichtiger Handelsplatz für Rohstoffe. Wir werden Sie mit anderen erfolgreichen internationalen Geschäftsleuten bekannt machen. Wir bringen Sie direkt zu den Big Boys, damit Sie nur Geschäfte machen, die sich wirklich auszahlen. Wenn Sie mit uns arbeiten, bekommen Sie die Rolls-Royce-Lösung. Eine massgeschneiderte Rolls-Royce-Lösung. Wir haben bereits Schweizer Firmen bzw. Aktienmantel auf Vorrat. Wir sind eine der führenden Kanzleien bei der Eröffnung von Konten in der Errichtung von Handelsfinanzierungen. Wenn Sie alle Unterlagen vorbereitet haben, können wir alles für Sie in einem einzigen Tag abwickeln. Sie profitieren sofort von den langjährigen guten Geschäftsbeziehungen. Schweizer Banker freuen sich, wenn sie mit Geschäftsleuten zusammenarbeiten, können die Ihnen von vertrauenswürdigen Experten vorgestellt werden. Back-to-Back und Stand-by-Akkreditive, Übertragbare-Akkreditive, Dokumenten-Akkreditive, Bankgarantien, Bürgschaften, Import-Akkreditive, Export-Dokumentar in Kasse, Factor in Geschäfte. Was auch immer Sie suchen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Sie zu unterstützen und Ihr Business auf das nächste Level zu katapultieren. Wenn Sie eine komplette Handelsfinanzierung an nur einem einzigen Tag errichten möchten, wenn Sie die Rolls-Royce-Lösung suchen, wenn Sie die Big Boys der unterschiedlichen Branchen kennenlernen wollen, dann greifen Sie jetzt zum Telefon und wählen Sie jetzt 004144-212-4404. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir eine massgeschneidete Lösung für Sie finden. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.